Mit 38,999 Punkten und einem glänzenden Wettkampf, den sie absolvierte. Cristina Molnar ist fünfte und Ruth Rollen aus Spanien auf Platz 6. Auch das ist ein Ergebnis, das sicherlich ein Fingerzeig ist für die Olympischen Spiele in Barcelona. Denn auch die Spanierinnen haben nicht das beste Aufgebot nach Nantes geschickt. Es fehlen Eva Ruida, es fehlen Alicia Fernandes. Die Schweizerin Pechstein hatte, wie der Name schon sagt, auch ein bisschen Pech bei ihrer Übung. Die Wertung für Benediktia Efraert. Nun Jelena Grunova aus der russischen Mannschaft. Zigeonner Musik und einem Schukahara glänzend aus der Akrobatikbahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist auch nicht unbedingt Ihr Wettkampf gewesen. Von ihr hatte man sich etwas mehr erwartet.